So, schönen guten Morgen, letzter Handelstag der Woche. Es war eine anstrengende Woche und es wird vermutlich am Freitag jetzt nicht besonders entspannt werden. Das Ganze, wir haben gestern Abend hier wirklich lange gearbeitet, Sie sehen es mir vielleicht auch an. Jetzt kommen wir allerdings erst mal, Entschuldigung, nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Krämer. So, gestern der große Tag von Big Tech mit den Quartalszahlen. Es hat sich gezeigt, es waren solide Ergebnisse, aber eben keine, die den Markt jetzt inspirieren könnten. Vielleicht auch der Anstieg vorher zu viel gewesen. Auf jeden Fall heute Morgen sieht es schon wieder nicht mehr so toll aus. Da hast du natürlich völlig recht. Trotzdem dir einen schönen guten Morgen und lieber Martin Neimann, sieht es dir überhaupt nicht an, dass ihr gestern noch lange geackert habt. Vielleicht liegt es an der Maske, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass du nicht so viel Schlaf brauchst. Aber du hast natürlich recht, der Tag scheint auch wieder anstrengend zu werden. Zumindest für die Anleger am deutschen Markt, denn die ersten Berechnungen ergeben, dass die Marke von 11.400 Punkten ins Wackeln, ins Straucheln kommen kann und kommen wird zum Handelsauftakt. Die Vorgaben sind nämlich nicht die, die man sich wünscht am letzten Handelstag einer Woche. Und auf Wochenbasis wird natürlich dadurch das Minus deutlich vergrößert. Wir haben alle großen, wichtigen asiatischen Indizes deutlich im roten Bereich. Sogar über einen Prozent im roten Bereich. Und in Japan hat sich der Nikkei mit eineinhalb Prozent im negativen Bereich aus dem Handel bereits verabschiedet an der Wall Street gestern. Da hat man natürlich auf die großen Tech-Werte gesetzt, die die Zahlen dann geliefert haben. Man hat eine leichte Stabilisierung gesehen an der Wall Street oder besser gesagt beim Dow Jones. Aber das war es dann tatsächlich auch schon. Der Dow, also mit einem Plus von einem halben Prozent, kann aber natürlich auch das Wochenminus von sechs Prozent nicht wieder ausbügeln. Und bei uns, ja, gerade schon angesprochen, da können Sie heute noch mal richtig scheppern. Also hier muss man wirklich jede Kaffeetasse, jedes Red Bull und, keine Ahnung, jede Schokolade bereit haben, um durchzustehen. Naja, dann hoffen wir mal irgendwie das Beste. Dir auf jeden Fall schönen Dank. Für die warmen Worte auch übrigens. Und schönes Wochenende. So, ja, also schauen wir uns mal an, was wir da gestern gesehen haben. Es war ein Stabilisierungsversuch. Nennen wir es wie, ja, nennen wir es wie es ist. Es war ein Stabilisierungsversuch. Wir haben im Dow noch ein, ja, kleines Plus von 140 Punkten über die Ziellinie retten können. Wir lagen allerdings auch im Handelsverlauf schon deutlich höher. 250, 270 Punkte ging es da nach oben. Aber am Ende haben eben die Anleger dem Braten nicht getraut und haben sich wieder zurückgezogen. Das Gleiche gilt mehr oder weniger für S&P 500 und Nasdaq Composite auch diese Indizes im Plus. Aber eben mit deutlichen Abschlägen schon im Handelsverlauf letztendlich. Dann, so, jetzt schauen wir ganz kurz. Aha, jetzt sehen wir, Asien hat nachgezogen. Dann kam das, worauf wir alle gewartet haben, nämlich die Quartalszahlen der großen Tech-Unternehmen. Und wir können es vorwegnehmen. Die waren gut. Punkt. So, jetzt schauen wir uns an, wie der Markt das Ganze einschätzt, beziehungsweise die Investoren. Also, wir haben zunächst mal Amazon. Hier ist Handelsende und dann geht es nach unten. Das war jetzt nicht so die Riesenbewegung, die es da gegeben hat, aber es war halt eben eine, die natürlich den Markt belastet. Wenn es da nicht sofort drei, vier, fünf Prozent nach oben geht, dann wird erst mal auf der negativen Seite ein kleines Fass aufgemacht. Was ist passiert? Amazon hatte zuvor Quartalszahlen gemeldet. Es war, das erwartet, starke dritte Quartal. 96 Milliarden Dollar sind letztendlich durch die Kassen geflossen oder in die Kassen geflossen und der Konzern hat einen Milliardengewinn da rausziehen können. Das Problem vielleicht war, dass bei AWS, also in der Wachstumsmonstersparte des Unternehmens mit der Cloud, dass die Erlöse letztendlich nur bei 11,6 Milliarden Dollar lagen und dass das Wachstum mit 29 Prozent jetzt mehr, sagen wir, etwas realistischer wird auf dem Niveau, dass wir nicht auf diesem Niveau 50 Prozent jedes Quartal gegenüber dem Vorjahr durchhalten. Das war ja ohnehin klar. Aber wir waren hier einfach zu nah an den Prognosen. Dann kam dazu, dass der Konzern jetzt keinen vorsichtigen Ausblick gegeben hat für das vierte Quartal. Er sagt, es wird gut laufen. Aber man hat sich in bestimmten Teilbereichen halt ganz einfach so ein bisschen zurückgenommen und das ist letztendlich das gewesen, was vielleicht die Aktie jetzt am Nachbörschen ein bisschen nach unten gedrückt hat. Vergessen Sie bitte auch nicht, Amazon ist im laufenden Jahr 70 Prozent gestiegen. Also da kann man jetzt mal ein Strichlein drunter machen und dann kann man sagen, das war gut, was sie gemeldet haben. Aber jetzt geht es halt erstmal wieder in Richtung dieser Unterstützung. Vielleicht ich habe vorhin 3100 irgendwas gesehen. Also vielleicht gehen wir tatsächlich in Richtung dieser Unterstützung bei 3000 Dollar. Und selbst wenn wir drunter fallen sollten, wäre das noch kein Beinbruch, weil längerfristig gesehen eben alles bei dem Unternehmen noch mehr oder weniger im Lack ist. Kein größerer Profiteur momentan in Sicht als dieser Konzern jetzt in der Pandemie. Dann kam Apple. Jetzt muss man natürlich wissen, wenn wir uns die Futures momentan anschauen, den Dow Future, Nasdaq Future, dann muss man natürlich wissen, wie hoch die Gewichtung von Apple im Nasdaq 100 ist. Das ist 11 Prozent. Bewegt sich die Aktie, bewegt sich der Index. Und so ist es natürlich auch zu erklären. Nachbörschen ein Minus von 4 Prozent. Auch hier haben wir wieder eine schöne Linie. Und dann ging es direkt mal nach unten mit Schwung. Diese ganzen Ausbrüche hier, das sind Fehlstellungen. Da müssen Sie nicht allzu viel drauf geben. Die Linie, die ich eingezeichnet habe, ist die, die letztendlich relevant ist. Also nachbörslich ging es da ordentlich zur Sache. Weshalb? Weil der Konzern zwar mit seinen Zahlen insgesamt über den Erwartungen lag. Es war letztendlich ein Umsatz von knapp 65 Milliarden Dollar. Das lag über den Erwartungen der Analysten. Und der Gewinn lag ebenfalls darüber. Das Problem, die iPhone-Verkäufe zuletzt um 21 Prozent eingebrochen. Da könnte man jetzt natürlich die Hände vor den Kopf schlagen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann nimmt man die Füße in die Hand und rennt. Ja, aber Apple wird doch seine neuen iPhones in den Markt bringen. So, und jetzt überlegen Sie mal bitte, wenn Sie selber dazu tendieren, sich ein neues iPhone zu kaufen, was werden Sie nehmen? Das neue Modell oder das alte, das noch in den Regalen irgendwie rumliegt? Also ich glaube eher, dass es hier eine Verschiebung geben wird. Was nicht gut angekommen ist am Markt, ist, dass sich der Konzern mit einem Ausblick für das vierte Quartal ganz einfach zurückgehalten hat, weil es momentan ein wenig unsicher ist. Aber insgesamt auch hier sehr solide Zahlen und auch hier muss man sagen, die Aktie im Jahresverlauf vor allen Dingen seit dem Crash-Tief im März sehr, sehr gut gelaufen. Stummen Wasserglas könnte man das auch nennen. So, jetzt sind wir ein bisschen drunter gefallen. Jetzt werden hier nach unten die Unterstützung getestet. Alles keine große Sache. Wir werden sehen, wie sich das in den kommenden Tagen ausläuft. Twitter, das war eine große Sache und die Zahlen waren noch nicht gut. Nein, man muss es zweigeteilt sehen. Umsatz deutlich über den Erwartungen. Mehr als 900 Millionen Dollar, also da lagen Sie, glaube ich, 130 Millionen, 140 Millionen über dem, was erwartet worden war. Der Gewinn deutlichst über den Erwartungen. So, und jetzt fragen Sie sich, Moment, wenn doch alles so gut gelaufen ist, weshalb hat denn die Aktie dann so eine mitgekriegt nach Börsing? Da ging es tatsächlich 14 Prozent nach unten. Tja, das ist relativ schnell gelöst, das Rätsel. Bei den täglich aktiven Nutzern gab es zwar ein Wachstum und das ist auch gegenüber dem Vorjahr durchaus respektabel ausgefallen im zweistelligen Bereich. Das Problem, die 187 Millionen täglich aktiven Nutzer, die ausgewiesen wurden, stellen gegenüber dem Vorquartal lediglich ein Wachstum von einer Million Nutzern dar. So, und jetzt muss man natürlich wissen, diese Plattformen basieren darauf, dass man letztendlich immer mehr Nutzer draufziehen kann, um die Relevanz auch nachzuweisen. Und wenn wir uns die Quartalszahlen von Snap beispielsweise angeschaut haben, dann hat man das durchaus gesehen, aha, die sind relevant und stetiger Zustrom auch in Covid-Zeiten, gerade in Covid-Zeiten durch die entsprechende Zielgruppe. Bei Twitter sieht es aus, als wären zwar die, die da sind, die bleiben dem Unternehmen treu, aber es gibt kein Wachstum mehr. Und im Heimatmarkt hat die Zahl der täglich aktiven Nutzer sogar stagniert. Und das ist das, was die Börse überhaupt nicht sehen will. Schon gar nicht, wenn sich der Aktienkurs wie hier von Twitter mal eben von 22 auf 52 Dollar deutlichst mehr als verdoppelt hat und zuletzt noch mal so einen Push durch die Snap-Zahlen bekommen hat. Und alle hatten erwartet, aha, das Wachstum, das ja auch Twitter im zweiten Quartal mit den Q2-Zahlen gezeigt hatte, das setzt sich jetzt über Q3 fort. Und das ist eben nicht passiert. Und deshalb, Enttäuschung groß, Kater nach der Kursparty groß und deshalb ging es hier nach unten. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen im Vergleich mit Snap, dann sehen wir jetzt, aha, da können wir jetzt ohnehin unter die 75 Prozent, können wir einen Haken machen, weil die Aktie hier deutlich, ach so, das sind ja keine Dollar, das sind ja Prozent. Also, weil, das vergessen Sie die Linie nach unten, aber es wird deutlich auf jeden Fall nach unten gehen, weil halt eben die Enttäuschung so groß ist. Bei Snap, wie gesagt, da lief es zuletzt sehr gut, die Aktie innerhalb von einer Woche um mehr als 40 Prozent nach oben gelaufen. Gestern noch sehr interessant, Nebenkriegsschauplatz könnte man das nennen, chinesische E-Autobauer. Was ist passiert? NIO hatte, da muss man echt ein bisschen suchen, NIO hatte auf Twitter angekündigt, dass man erstmals in einem Monat 5000 Fahrzeuge verkauft hat. So, das haben die Anleger gesehen, ja, dann wurde das natürlich über die entsprechenden Boards verbreitet und dann ginge so richtig die Lucia ab bei der Aktie. Mehr, Sie sehen es, 16 Prozent ging es nach oben. Übrigens, NIO nicht der einzige Wert. Da werden dann sofort alle anderen auch rausgekramt, die in dem Bereich sind, Xpeng und Li-Auto und für die ging es ebenfalls stark nach oben. Jetzt keine 16 Prozent, aber ebenfalls sehr, sehr deutlich. Fundamental ist das Unternehmen damit natürlich sehr hoch bewertet. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie am Jahresende vielleicht so um die, naja, mit den neuen Zahlen 2,2, 2,4 Milliarden Dollar Umsatz haben werden und das ist natürlich ein Vielfaches, der Börsenwert ein Vielfaches von dem, was jetzt umgesetzt wird. Und dann müssen wir einfach weiter schauen. Also momentan die Euphorie um NIO auf jeden Fall da und wir sind glücklicherweise mit an Bord. Beim DAX müssen wir jetzt abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob es vielleicht noch irgendwann im Lauf der nächsten Woche, heute vielleicht nicht, aber im Lauf der nächsten Woche ein Pullback an dieser Ausbruchslinie gibt, also an diese Unterstützungszone, die ja gerissen wurde im Wochenverlauf, die 200-Tage-Linie. Aber das werden wir dann später klären. Bei Conti ist überraschend der langjährige Vorstandschef zurückgetreten, Degenhardt, aus gesundheitlichen Gründen. Da wird jetzt kurzfristig nach einer Interimlösung letztendlich gesucht werden, dürfte aber natürlich nicht besonders gut ankommen, wobei der Vorstandschef nicht unumstritten war. Er hatte vor einiger Zeit einen Brandbrief, zusammen mit anderen Managern, einen Brandbrief im Unternehmen verteilt, in dem er gesagt hatte, so geht es nicht weiter, wir müssen jetzt endlich in die Spur kommen, weil er der Meinung war, dass, ja, nicht die Strategie, aber die Glaubwürdigkeit des Unternehmens gegenüber Investoren, unter anderem auch Investoren, gelitten hatte, weil das Unternehmen so häufig seine Gewinnziele verpasst hatte. Also, wie gesagt, der ist jetzt erstmal zurückgetreten und dann wird man bei Conti sehen, wie sich das Ganze ausspielt mit der Nachricht. Bei SAP, ja, einer der größten Verlierer nach dem Zahlenwerk, das vorgelegt wurde, dann kam ja noch das Replik aus den USA von Salesforce, da hat Marc Benioff gesagt, ach, das ist kein Branchenproblem, denn die Cloud wächst. Das ist ein Problem, ein strukturelles Problem bei SAP und auch ein Problem der Führungsetage. Sei es drum, die Aktie konnte sich kaum erholen. Allerdings haben wir uns jetzt mal angeschaut, was bedeutet denn das momentan so für die Einschätzung der Analysten und dann sehen Sie so hier den letzten Balken, da sind ja dann letztendlich sämtliche Analystenmeinungen auch subsummiert und dann sehen wir, ja, die Zahl der Kaufempfehlungen für SAP ist deutlich zurückgekommen, aber die Zahl der Verkäufe ebenfalls. Was gestiegen ist, die Analysten, die sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das Papier momentan zu halten, beziehungsweise die eine neutrale Einstellung zu dem Papier haben. Das könnte man, das hätte man sich sicherlich etwas schlechter oder vielleicht auch deutlich schlechter vorgestellt, wenn man die Kursentwicklung sieht. Aber die Analysten sagen, okay, mit dieser Delle im Q3 haben wir jetzt nochmal zu leben, aber das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg und wir haben nochmal nachgeschaut, die weit überwiegende Mehrzahl der Analysten, die sich nach den Zahlen gemeldet haben, haben weiterhin eine Kaufempfehlung. Momentan sieht es folgendermaßen aus 95 Kaufempfehlungen, neun neutral- beziehungsweise halten Empfehlungen und nur drei Verkäufe letztendlich. Also gar nicht so schlimm, wie sich das vielleicht im ersten Moment darstellen mag. Das sind die Hardax Mover, fünf Tage, da ist SAP natürlich ganz hinten mit dabei, das Schlusslicht 25 Prozent ging es hier nach unten. Eikstron, dazu kommen wir gleich noch später, auf der Gegenseite Delivery Hero, die davon profitiert haben, dass die Infektionszahlen schnell steigen, dass wir in einen teilweise Lockdown wieder reinlaufen. Das ist natürlich genau das, was das Geschäftsmodell letztendlich ausmacht. Die Auslieferungen und die Idee, dass die Leute wieder mehr bestellen werden und dann auf der zweiten Seite Nemechek ebenfalls mit Zahlen. Nemechek, dazu kommen wir gleich, Baustoffs, also Software für Architekten und für die Baubranche letztendlich. Die Baubranche ist etwas, was momentan boomt und deshalb sind die Umsätze auch deutlich gestiegen. Das EBITDA übrigens ist ebenfalls kräftig gestiegen, lag mit 46,7 Millionen Euro im dritten Quartal, um sieben Millionen, also so einen richtigen Satz über dem, was Analysten erwartet hatten und deshalb ging es für die Aktie auch gestern kräftig nach oben, elf Prozent. Das zweite, extra, auf der Gegenseite, da lief es eben nicht ganz so gut. Das Unternehmen, das habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, das Unternehmen hat seine Gesamtjahresprojektion zusammen mit den Q3-Zahlen nicht zurückgenommen, auf der Unterseite nicht. Es gab einen Korridor für den Umsatz, der betrug ursprünglich 260 bis 300 Millionen, jetzt sagt man 260 bis 280 Millionen und natürlich hätten sich Anleger eher gewünscht, dass man von diesem Korridor eher in Richtung nach oben wandert, aber ist nun mal nicht so gewesen und für das dritte Quartal hat man tatsächlich auch die Analystenerwartungen verfehlt. 64 Millionen Euro Umsatz, 69 waren erwartet worden dafür, dass EBIT etwas besser ausgefallen, aber das hat in dem Umfeld ganz einfach nicht ausgereicht, vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, die Gesamtjahresprognosen betrachtet. So, jetzt haben wir noch irgendwas? Nein, jetzt haben wir nichts. Jetzt gehe ich erstmal ins Eisfach, hole mir einen Löffel, drücke mir den mal gegen das Auge und hoffe, dass es dann irgendwann auch mit meiner Maske besser aussieht. Wir sehen uns am Nachmittag wieder dann mit den ersten Reaktionen auf die Zahlen von Big Tech an der Wall Street. Bis dahin, halten Sie die Ohren streif, gute Zeit, gute Kurse, tschüss.